Okay, rechte Hand ist fast kaputt. Achtung. Okay, rechte Hand ist kaputt, brauchen wir nicht mehr draufschießen. Linke Hand ist kaputt, auch nicht mehr draufschießen. Nur noch das im Kopf. Aua, aua, aua. Der verfolgt mich ja auch wieder, ne? Wie so ein Semmel. Aua, aua, aua. Ich muss weg. Oh, die Lasers sind ja... Der hält mich fest, warum auch immer. Oh Gott, ich überlebe nicht mehr lange. Ja, wenn die Nurse jetzt auch mal hier ihren Arsch... Jo. Schon okay? Ich komme gleich wieder. Ja, komm, jetzt mach deine... Mach dein Hirn auf für mich. Ja, überlebt, überlebt. Wir sind gleich wieder. Alter, Alter. Oh, Marcel, Sauvere. Boah, hallo. Machst du jetzt mal deinen... ...n Fratze auf. Boah. Ich glaube, Tag bei ihm. Wo ist die Nurse? Warte da. Im Haus. Okay. Ja, ja, ja. Oh, nein, 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 nein. Gar nicht gut. Das Auto ist fast kaputt. Okay, ja. Ich hole den mal weg, ne? Von der Nurse und Co. Ja, das wäre gut. Komm, ich weiß, du willst mich eh. Ich muss ja nur einfach nach oben schießen. Wir haben es. Wow. Achso, die Brust, ne? Okay. Ich bin Matsch. Ja, da, wo auf ist halt. Überlebt, überlebt. Da, wo es auf ist. Jo, Marcel, es auch Matsch. Oh. Oh, ich komm raus. Ja, lauf einfach, lauf, lauf, lauf. Wenn er halt nicht mit seinen ganzen Sch... Nö, nie im Leben überlebe ich das. Doch, einfach schnell weg. Gehst du per Sylvester? Ja, wo soll ich denn hinlaufen? Irgendwohin. Es ist egal, ich leb wieder. Perfekt, ja. Ich werde von irgendwelchen geschossen, verfolgt. Lauf weg. Ich bin mit Laser-Crew. Äh, tschüss, geil. Was ein Witz, Polt. Davon... Ah! Es ist ins Haus geflogen, um mich abzuschießen. Naja, ich würde mich abschießen, aber es ist nicht abzuschießen. Na ja, gut, also irgendwann muss ich mir auch einfallen lassen. Irgendwie ist das too much hier. Das Herz, ne? Unten. Ja. Was ist eigentlich mit... Ich bin jetzt gleich wieder tot. Jo. Was ist was? Äh, der hat nur noch das Herz, ne? Jawohl. Ja, komm schon. Der hat nicht mehr so viel. Nee, nee. Wo ist er? Da, okay. Komm ihm. Jawohl, Marcel. Kite ihn. Ja, komm gleich. Kann ich jetzt auch mal... Hallo? Äh, ich... Sobald die mich irgendein Auge trifft, wechselt der mein... Wieso wechselt meine Waffe? Ähm, warum... Wow. So, er ist down. Jawohl. Jawohl! Tschüss. Oh, wie hell das wird, ne? Wahnsinn. So, was haben wir denn da? Nice. Marcel, jetzt hab ich den stärksten Stab für dich. Hm. Ja, dann ist ja gut, dass wir den eben nicht gebaut haben. Eieiei. Und das war jetzt der Endpost, ne? Was? Das war der Endpost, jawohl. Echt? Jetzt haben wir also nichts mehr zu tun. Ja, das war's jetzt. Ab. See you later. Na ja, gut. Nie zu tun. Ich glaube, so ein Spiel hört auch nie auf, ne? Ist geil. Ja, muss ich doch erst noch verzaubern. Ja. Aber nice. Der Boss war cool. Stell dich an, stell dich an den Kristall und... ...wat weiß ich. Äh, ist hier ein Leuchtenerpilz? Kann ich davon einen machen oder zwei? Ist das ein Tower oder ist das... Ist das... Ui, ui, ui. Oh. Äh, warte. Das ist ne Art Tower, glaube ich, das Ding. Das macht dann. Ja, dann gib mir den anderen Stab auch noch. Okay. Ui. Ent, te, Teleportation. Ach, warte. Yeah. Das ist, glaube ich, ein Tower-Ding. Ja, das stärkste Schwert haben wir nicht bekommen. Das ist Mäu. Kann man noch ins Blaue? Ja. Ja. Wo? Das ist mega cool. Okay. Kann man das abbauen und irgendwo anders hinsetzen? Ich hab eine Portal-Görn. Cool. Ja. Ja, aber cool. Ja, ruhig. Hier, da... Nebula-Fragment. Musst du umsitzen. So, warte, ich wollte gucken hier, wie heißt denn das Ding jetzt? Rainbow Crystal Staff. Oh. Nice. Nice. Ja, da hat viel Spaß. Äh, auch Mythical oder Ruthless. Ja, muss ich wieder mein Geld holen. Muss ja nicht, oder? Unbedingt? Doch, bei dem schon. Das ist ja das Problem. Das ist der einzige Händler, bei dem du das Geld mithaben musst. Ich muss das nicht haben. Bei mir war es nicht so. Oh. So, und das heißt, äh, was machen wir jetzt als nächstes? Fertig. Game over. Ja, jetzt... Marcel, würdest du ein Stück nach links laufen? Dankeschön. Jetzt kann ich auch sehen, was ich schmiede. Die bloß nicht haben vorbei wieder. Du musstest es auch unbedingt erwähnen, du Arsch, ne? Hast du es gemacht? Ja. Genau in der Sekunde. Ja, sag ich doch. Nicht eben. Und einfach Mythical, ja. Hättest du 200 Schaden mit, ja, super. Dann hab ich nochmal einen Platin oder so verschmieden. Ja, hätte ich so nett gesagt. Mythical, ja. Hier, 200 Schaden. Der erste. 300 fast, ne? Bei mir. Ja, gut. Bei mir 200 ohne die Rüstung, halt, ne? Ja, das ist ein Tower. Boah. Aber nice. Meine Güte. Nein. Wie oft müssten wir den jetzt noch rumhauen? Ich glaub, noch dreimal, ne? Mit Glück. Ja, also mit Glück. Dreimal. Mit Pech. Hundertmal. Und das Schwert spawnt immer noch nicht. Also wie gesagt, das war Terraria. Es gibt jetzt noch ein paar kleine Events dazwischen. Die irgendwann irgendwie kommen könnten. Ja, dann gibt's ja auch noch so Jahreszeiten gedöhnt, ne? Na ja, gut. Das Einzige, was ich weiß, was ich nachgelesen habe, ist halt, dass jetzt bald wohl die nächste Erweiterung kommt für Terraria oder halt der nächste große Patch. Das heißt ja dann Otherworld, meine ich, ne? The Otherworld. Irgendwie so etwas. Das wird dann wahrscheinlich auch sehr interessant. Aber im Grunde genommen, ich find das Spiel ziemlich cool. Wenn man mal so ein Fazit machen möchte. Ich find das cool. Also irgendwo muss hier Luminite rumliegen. Ne, ich hab eben alles, weil ich hatte, in die Kisten gepackt. Ich denk mal nicht, dass Luminite auch einfach dazwischen gepackt worden ist. Ja, also das ist ein Erd. Ich war tot. Ich bin jetzt grad zu diesem Tempel gegangen und auf einmal wurd's mir angezeigt. Auch okay. Luminite, oder? Ja. Also ich bin grad auf der Weg nach der Hölle gegangen, ob das runtergefallen ist da. Ach, du brauchst auch vier Luminite für einen Barren. Jawoll. Das Problem ist halt, für eure Rüstungen müssten wir den jetzt noch töten. Da hätten wir halt einmal die Solar für unseren Nahkämpfer. Oder halt die, wie ich finde, wesentlich bessere. Ach nee, für Nebula ja auch. Nämlich auch. Die Stardust finde ich aber am besten, wenn Marcel da sein Vieh hat. Wir haben jetzt 21 Barren. Wir brauchen für die Stardust-Rüstung 8, 24, 36. Für Nebula brauchen wir auch 36 und für die auch. Pro machen, 21, 36 mal 3. Und da zwei. Ach. Dann müssten wir jetzt noch fünfmal diesen Boss töten. Damit ihr auch eure Rüstung habt. Auf geht's. Das heißt, wir können ihn jedes Mal jetzt wieder beschworen oder müssen wir jedes Mal erstmal die vier? Ja, was, wir können jetzt eigentlich gucken. Warte mal. Linkes Portal. Dann gehe ich jetzt kurz rüber zum Tempel. Achte mal, bleib mal bitte da stehen, Ramon. Und achte darauf, ob das Portal, was ich da hingesetzt habe, verschwindet. Ja. Ach, da hat er sich auch sein Ufo geholt, ja? Ja. Ey, komm. Es ist total langweilig, um die ganze Zeit rumzulaufen. Erzähl mal, so hier Hoverboard oder so machen sollen. Das Ufo ja irgendwo noch ist. Portal ist weg. Ja, beide. Okay. Ja, es hat das doch mal nicht gehabt, siehste. Oh, das ist ja blöd. Und dann ist die Portal Gun voll scheiße. Dann kann die anderen von euch gerne haben. Und zum Trollen, glaube ich. Ach so, einfach. Just for fun finde ich eigentlich das Ding ziemlich, ziemlich cool. Ja, aber eigentlich soll es ja sein, damit du dich ganz schnell wieder an einen gewissen Punkt bewegen kannst. Wenn dieser Punkt sich allerdings resetet, bin ich nutzlos. Also, dann kann ich auch fliegen. Also, im Allgemeinen, meine Güte, ey. Was haben wir viel gemacht, ey. So viele Rüstungen gecraftet. Und dieses und jenes. Jetzt geht es nur noch um die High-End-Rüstung. Das ist ja fast wie in jedem Spiel. Diese Farmen für deine High-End-Rüstung. High-End-Waffen. Pascal, siehst du was? Was? Ist er schon da? Ey, Tempel dauert noch ein bisschen. Was soll ich denn sehen? Gegner? Ich möchte gucken, wie viel Charme an Kristall macht, wenn die da sind. Ich sehe keine Gegner. Ich weiß gar nicht, warum. 394. Meine Dinger kriegt noch mit 300. Ja, die setzen halt... Das Coole an den Dingern ist halt, die setzen nochmal Punkte auf den Gegner. Und slowen denen alles. Okay, sind wieder da. Ja, aber, ähm, was brauchen wir denn, um den Moonlord zu rufen? Immer jetzt die vier Dinger oder müssen wir was craften? Ach, selber, wir sind gerade dran. Entweder jedes Mal die vier Tower oder ihr craftet das Item, um ihn zu beschwören. Ja, genau. Was ist das blöde, Pascal? Aber um den zu beschwören, müssen wir trotzdem die vier Dinger zerstören. Weil du brauchst zum Beschwören Dinger, also die Fragmente von diesen Dingern. Jetzt? Äh, ja. Okay, bei mir ist nur das Feuerding gespawnt. Ja, das ist alles. Oh, wie süß. Und die Sandra. Hübscher, oder? Ja. Können wir das vor allen Dingen schon mal machen, wenn wir schon mal hier sind? Nice. Ja, komm, laufen wir nach rechts rüber. Entweder schaffen wir was oder wir schaffen es nicht. Ach so, ähm, ach so, sind die schon wieder da? Ja. Ja, alles klar. Wollt ihr nach rechts gehen? Ja, komm, wir gehen nach rechts. Schaffen wir das? Ja, gucken wir mal, ne? Wird schon schief gehen. Ja, ich meine, wir haben das Feuerding, ja. Ja, trotzdem. Ja, gucken wir mal. Einfach ganz vorsichtig. Die Sache ist halt, müssen wir beim Boss in der Nähe stehen, oder? Ja, ist halt besser, damit du siehst, dass, dass er fertig ist, dass du ihn jetzt angreifen kannst. Ja, gut, gucken wir mal. Wäre, 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 rat. Dann warst du. Nicht Pflicht? Klar, sah. Einfach drauf, da. Nach rechts? Wunderbar. Nach rechts? Okay, dann steh ich auch mal rechts mit holen. Ja, siehst du, ich bin jetzt schon nicht tot. Ähm, ja. Aber jetzt mit anderen Dingen machen es ja global, ne? Also ich kritze mit 500... Ich pflege und ich weiß nicht warum. Hm, ja, das ist ein Debuff. Ich bin tot. Flieh. Wobei, am besten wäre tatsächlich für uns alle, wenn wir Sandras Rüstung zuerst machen. Weil... Die hilft uns allen. Ja, aber ich stelle mich so doof an, das lohnt sich nicht. Doch, das ist ja egal. Es muss ja nur irgendein... Du musst ja nur irgendein Gegner angreifen. Dann spawnen Dinger, mit denen wir stärker werden. Achso, ja doch. Dann verstehe ich drauf, dass ich meine Rüstung zuerst kriege. Weißt du, wir verkacken hier voll und ich kann hier auf gar jetzt rumstehen. Naja gut, dann... Wir kommen mal nach links, ne? Weil das wird auf jeden Fall nix. Ich meine, wir sind letzten Endes vier Spieler. Ja, wir haben das Feuer-Ding gleich. Ey, habt ihr auch schon die Hellentklammern. Zumindest Marcel. Ja, aber er hat denn seine Rüstung, oder? Nee, Marcel hat seine Rüstung noch nicht. Da hat zumindest meine Rüstung gehabt. Ach, das sind deine Dinger. Ach, das... Nein, das ist der Turm. Ich glaube, wenn ich mein Schwert habe, dann... Ich fand den immer ätzend. Ja. Wird doch lustig. Lauf einfach durch zu den anderen. Würde ich einfach mal behaupten. So gut wie es geht. Ah, jetzt sehe ich das auch. Nimm halt ran. Feuerdinger, hock das Ding zu. Teleportier dich. Ey, das sehe ich dir das. Dinger, Dinger. Wow, dies gut, dies gut. Er ist um einen Hund doofen, bleib ständig hängen. Ja. Er ist angreifbar und er ist da. Okay, nice. Das Schlimmste ist vorbei. Ich nehme die, ja. Dann brauchen wir die hinterher nicht aufteilen. Au, aua. Ja, dann kommt mal direkt weiter rüber nach links. Ich bin schon beim nächsten. Hm, auf dem Weg. Ich will trotzdem gerne mal rausfinden, wie viel Schaden ich am Hund machen würde. Wenn er in der Nähe ist, meinst du? Mein Tower oder mit meinen Viechern, ja. Wieso hänge ich jetzt hier an dem Seil? Ja, der Tower, ich glaube, der Tower alleine würde one-hitten. Okay. Hier können wir stehen bleiben. Und dann bin ich schon fast wieder tot. Na, geht noch.